hallo zusammen hier ist emily von meinem hauptaccount wir wollen heute wieder in die kampagne der lehre gehen und versuchen ob wir in den kämpfen 15 weiter kommen und zwar sind wir jetzt bei 151 mal schauen das geht mit sicherheit nicht so lustig vonstatten habe ich mir schon gedacht mal sehen tauschen wir die beiden mal gegeneinander aus schon wieder kaputt mal eben gucken nehmen wir den und so müsste das richtig sein wenn ich mich nicht irre versuchen wir das mal mh 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 gemein was zumindest schon mal ein eloise vorne rausgegangen mh mh da muss schon ein bisschen mehr passieren also das klappt so noch nicht mal schauen ist ja schon blöd dass man mal so viel hin und her justieren muss da muss man noch aufpassen dass man nicht den überblick verliert wo man was justiert hatte damit das für andere rampfsequenzen dann nicht wieder alles ruiniert ist bis man dann geschnallt hat dass man da irgendwas verstellt hat hat man meistens schon die versuche die man in anderen sequenzen hat aufgebraucht auch mensch und schon wieder im morse weit alguma wir haben ich habe noch nicht so dass gelbe vom ei wir können es ja mal hiermit versuchen obwohl ich nicht glaube dass das was wird ich Also mehr als eine Eloise scheint nicht drin zu sein. Könnt's ja auch noch mal aus der Hintran-Reihe versuchen. Dann kriege ich einen Tix weg. Ob das was bringt, ist was anderes, aber mal schauen. Ein zweiter Tix, okay. Und das war's erstmal, aber schon mal besser als nix. Okay, versuchen wir das nochmal. Okay, das sieht ein bisschen besser aus, aber noch nicht gut genug. Come on! Oh man! Dein Ernst? Mh, das sah doch so gut aus. Flick's nochmal. Da müssen wir aber nochmal üben. Hm. Gib mal ein bisschen Dampf dahinter. Komm schon. Das war zu wenig Dampf. Und immer wenn's nötig tut, ist es dann wieder in der Banane. Come on, Baby. Hau zu. Nicht bei mir. Sieh zu, mach hinne. Komm schon. Och man, du blödes Ding. Ach ja, Eloise ist ja toll, wenn man sie nicht gerade als Gegner hat. Hm, hm, hm. Oh, muss der sich schon wieder platt machen. Was soll das denn? Ha. Kann ja mal gucken, ob das eventuell doch mit dem Löwen besser passt. Wobei, wie gern Schutz. Was soll das denn sein, wenn man sie nicht mehr platt machen kann? Nee. Nicht wirklich. Nein, nein. Nicht wirklich. Können wir das ja nochmal versuchen. Hm, zu wenig. Zu wenig. Das war zu wenig Dampf dahinter. Ach man, nehmen wir doch nochmal dich. Okay. Oh man, und das wird wieder nix. Die machen mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Ach, ihr blöden Zicken. Was soll das denn? Da kriegt er mit einem Schlag die ganze hintere Reihe raus. Und dann machen die mich trotzdem wieder platt. Auf Flucht. Hm. Was soll das denn? Versuchen wir das nochmal in der vorderen Reihe. Verstehe ich nicht, dass er da immer nicht den... Die Stärke aufbringt, da ordentlich mit Rums reinzuhauen. Um die platt zu kriegen. Verstehe ich nicht. Das macht echt keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Wieso geht der mir immer in Moas? Ohne hier vorne irgendwas hinzukriegen. Hm. Versuchen wir dich mal auf der Seite hinten. Sehen, ob das irgendwas bringt. Manu. Wieso gehst du denn immer kaputt? Verflickst nochmal. Was ist denn das für ein... Mist. Was ist denn das für ein... Ist das doof? Das gäbe doch gar nicht so was. Das gäbe doch gar nicht so was. Ich kann ja auch das mal tauschen, auch wenn ich nicht glaube, dass das irgendwas bringt. Das ist alles doof. Das ist alles doof. Sowas von doof. Und wieder im Mors. Das sieht immer so gut aus und dann geht das immer so schief. Warum nur? Das sieht immer so gut aus. Das sieht immer so gut aus. Und schon wieder im Mors. Und wieder im Mors. Mann, ist das ätzend. Komm schon. Mann, wieso geht der denn immer kaputt? Was soll der Blödsinn? So nah dran, so nah dran und es wird immer nix. Ach, es ist zum Abgewöhnen. Hm, na mal sehen. Den Platz haben wir noch nicht ausprobiert. Oh man. Oh man. Immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann sind wir wieder Matsch. Wieso geht mein Aspus immer kaputt? Was ist das für ein Schwachsinn? Mannu. Gibt's doch gar nicht so'n Blödsinn. Hm. Und schon wieder kaputt. Gibt's doch gar nicht so'n Blödsinn. Gibt's doch gar nicht so'n Blödsinn. App. Ach, man, sondern mal... Was ist das denn? Hmm. Hmm. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Die macht so richtig Kleinholz aus meinem Team. Oh Mann. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Mann. Mann. Mann ey. Und schon wieder kaputt. Mann. 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 Irgendwie ist das hier doch blöde. Ach ja. Mhm. Mhm. Welchen haben wir eingestellt? Den. Versuchen wir das doch mal. Mhm. Mhm. Mann, wieso gehst du mir denn immer kaputt, verflucht? Komm schon. 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 der doch vorne von den Eloise was weghauen. Tue da aber nicht. Wann aber ja auch mal versuchen, was wir auch noch nicht ausprobiert haben, ob das vielleicht so klappt, wenn ich sie nach hinten setze. Aber nicht mit ihm vorne. Mal sehen. Und trotzdem geht's in muss. Mmh. Mmh. Endlich. Yes. Wurde auch Zeit. Ja. Nice. Haha. Mmh. So, ich glaube, wir machen hier erst mal wieder Schluss. Das Video dürfte lang genug sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.